Heute sprechen wir über das Thema Erwartungsmanagement. Viele Führungskräfte, viele Geschäftsführer, viele Inhaber und viele Unternehmer kommen zu mir und sagen, Laura, ich gebe doch unglaublich viel. Ich ermögliche meinen Leuten, meinen Mitarbeitern, meinen Kollegen wirklich alles, was ich ihnen ermöglichen kann. Warum kommt da eigentlich so wenig zurück? Ich bin mir nicht sicher, ob du jemals in Koblenz gewesen bist, aber wenn du es mal warst und du lebst hier nicht, dann hast du vielleicht schon mal gemerkt, dass die Straßenführung hier wirklich komplett verwirrend ist. Du bist auf einer Straße und es geht einmal nach unten, einmal zur Seite, einmal drunter, einmal drüber. Und selbst wenn du denkst, du bist auf der richtigen Straßenseite und du bist richtig abgebogen, kann es sein, dass du am Ende ganz woanders rauskommst. Und umgekehrt, selbst wenn das Navigationssystem dir irgendwelche Anweisungen gibt, kann es sein, dass du sie nicht checkst. Und am Ende des Tages drehst du vielleicht mal eine extra Runde und kommst trotzdem an deinem Ziel an. Warum sage ich das? Weil einfach verschiedene Wege manchmal zu einem gemeinsamen Ziel führen. Allerdings ist es natürlich einfacher, wenn da kein Harakiri ist und wenn du nicht verwirrt bist. Und deswegen machen wir das jetzt wie bei der Straßenführung. Wir zerzerren hier das ganze Kauderwelsch und machen daraus mal eine gerade Straße für dich. Wenn du dich als Führungskraft also schon mal gefragt hast, hey, wie kann es eigentlich sein, dass ich das Gefühl habe, dass ich immer was gebe und dass ich alles Mögliche mache, tue, dass ich vielleicht sogar unglaublich großzügig bin, aber meine Leute können es überhaupt nicht wertschätzen. Stattdessen, und das passiert häufig, meckern sie immer wieder. Ja, anstatt dass sie mir danken, sagen sie ja, aber. Und dann kommt irgendein Satz, der einen vielleicht sogar triggert, aufregt oder wo man völlig fassungslos am Ende dasteht und sagt, was willst du eigentlich noch von mir? So ähnlich ging es gestern einem Geschäftsmann, mit dem ich auch gesprochen habe. Der leitet selber ein Unternehmen, hat selber 20 Mitarbeiter und hat mir genau das erneut erzählt. Und genau deswegen möchte ich heute mit dir einmal darüber sprechen und dir einfach mal erzählen, warum da ein Gap ist, also warum da eine Lücke ist zwischen dem, was du an Wahrnehmung hast, wie du das Ganze empfindest und dem, wie es bei den Leuten ankommt. Wichtiger Punkt und ich hoffe, dass du dann mit einem kleinen Aha aus dieser Folge rausgehen wirst. Zuallererst kommt die Generation, mit der ich zusammenarbeite, ist meistens Mitte 30 und aufwärts. Und diese Generation ist anders erzogen worden. Und jetzt denken wir, okay, Laura, es kann doch nicht sein, dass so 5, 6, 7, 8 Jahre gleich eine komplett andere Generation ergibt. In diesem Fall tut es das aber. Ja, die Generation Mitte 30 und aufwärts ist noch so erzogen worden, dass man sagt, man ist zum Beispiel ein großzügiger Gastgeber, aber man ist natürlich auch ein bescheidener Gast. Heißt, man erwartet nicht so viel, wenn man als Gast kommt, aber man gibt viel als Gastgeber. Wenn wir das zusammenbringen würden in der Businesswelt, dann wären alle happy. So einfach funktioniert das allerdings nicht. Die Generation Mitte 20, Ende 20, vielleicht sogar manchmal Anfang 20, hat so eine Einstellung, die bei den Geschäftsführern folgendermaßen ankommt. Die Welt schuldet mir etwas. Ja, ich möchte das jetzt haben und die Welt schuldet mir etwas. Das ist auch der Grund, warum ganz viele Leute in ihrem Business Obstkörper aufstellen. Ja, ich weiß nicht, Bienensäcke aufsetzen und keine Ahnung noch, Tischtennisplatten aufstellen und alles Mögliche machen und tun. Ja, der Geschäftsführer gestern meinte so, ja, ich habe sogar einen Physiotherapeuten engagiert, der einmal pro Woche für jeden zur Verfügung steht und theoretisch könnte jeder meiner Mitarbeiter eine Massage genießen. Ja, wenn das mal kein Luxus ist. Und trotzdem sind die Leute manchmal unglücklich. Warum? Wenn wir über Glück sprechen, wenn wir über Erwartung sprechen, dann sollte dir eines klar sein. Nur weil du eine gewisse Erwartungshaltung hast und nur weil du denkst, das hätte mich damals total happy gemacht, ich hätte mich damals so und so verhalten, heißt das halt noch lange nicht, dass das heute die Generation, die jetzt anfängt bei dir zu arbeiten, genauso sieht, genauso denkt oder genauso fühlt. Unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Denkweisen und unterschiedliche Emotionen führen am Ende dazu, dass du das Gefühl hast, du bist am Geben und am Geben und am Geben und deine Leute sind vielleicht nur am Nehmen, am Nehmen und am Nehmen. Und aus deiner Perspektive mag das vielleicht sogar stimmen, vom Gefühl her. Das Schöne ist, der Geschäftsführer gestern sagte zu mir, Laura, ich bin mir gar nicht sicher, ob das tatsächlich so ist oder ob ich das nur so empfinde. Und das ist die erste Stufe der Reflexion, dass du dir klar machst, dass es vielleicht tatsächlich objektiv gesehen, ist ein bisschen schwierig, das objektiv zu machen, aber objektiv gesehen gar nicht so ist. Die Leute, die mit dir arbeiten auf der anderen Seite, wie empfinden die das? Die kommen rein und haben eine ganz andere Arbeitswelt erlebt. Die kommen rein, frisch von der Uni, kommen in die Arbeitswelt rein und sind auch erstmal total anders gepolt. Erstens wird ihnen ständig gesagt, sie können alles Mögliche, sie können alles erreichen, sie sind top ausgebildet, die Arbeitswelt steht ihnen offen, die Welt liegt ihnen zu Füßen. Sie können machen und tun, was sie wollen. Das ist natürlich nochmal eine andere Einstellung. Wenn mein allererster Arbeitgeber mir dann die Welt zu Füßen liegt, wenn ich dann Obstkörbe bekomme, wenn ich Bienensäcke bekomme, wenn ich vielleicht sogar den Physiotherapeuten bekomme, einmal pro Woche, dann ist das für mich die erste Erfahrung, die ich mache in der Arbeitswelt. Und was denke ich dann? Das ist Standard. Bestes Beispiel ist, stell dir vor, ich würde dir jetzt eine Million geben. Wirklich komplett eine Million. Und ich gebe dir eine Million Euro. Du würdest erstmal ausflippen vor Glück. Statistisch gesehen würdest du dich freuen wie ein Schnitzel. Drei Monate lang würde dein kompletter Hormonhaushalt einmal durch die Gegend springen. Du würdest einmal wirklich exponentiell erfahren, wie es ist, extremes Glück und Happiness zu erfahren. Und das Verrückteste ist, nach drei Monaten würde es sich einpendeln. Kleiner Tipp an dieser Stelle. Wenn du jemandem eine Gehaltserhöhung gibst, dann freut er sich, ja, und kann sich vielleicht vorstellen, was er damit macht. Aber auch hier, nach drei Monaten pendelt es sich wieder ein und ist auf einem ganz normalen Niveau. Ergo, das ist das neue Normal. Das ist die neue Baseline. Das heißt, Leute empfinden immer das, was sie länger als drei Monate haben, als Baseline. Das ist für sie ganz normal. Wenn du also als Geschäftsführer, wenn du als Führungskraft in deinem allerersten Job, also schuften musstest, keine Ahnung, vielleicht musstest du sogar Töpfe schrubben, weil du in der Gastronomie gearbeitet hast. Ja, vielleicht hattest du einen mega schlecht bezahlten Job ganz am Anfang. Vielleicht musstest du Arbeit erledigen, wo du dir heute denkst, das will ich nie wieder machen. Ja, vielleicht hattest du sogar einen richtig blöden Chef selber mal und dachtest dir deshalb, ich werde anders. Diese ganzen Dinge haben dich aber in deiner Entwicklung sehr stark geprägt. Und zwar so stark, dass du das, was du heute gibst, ganz stark above the Baseline empfindest, also weit über dem, was du als normal empfindest. Das sorgt dafür, dass du denkst oder dass du fühlst, ich bin super großzügig. Ja, du gibst mehr, du bist großzügiger, vielleicht lädst du deine Leute sogar mal ein. Ja, und das ist das Gefühl, du bist zuckersüß zu ihnen. Und vielleicht ist auch das Einzige, was du erwartest, ein Dankeschön von Zeit zu Zeit. Nur die Leute, die jetzt reinkommen und diese Großzügigkeit von dir erfahren, für die ist das die neue Baseline. Das heißt, deine Baseline und die Baseline von den Leuten, die jetzt bei dir anfangen, haben nichts miteinander zu tun. Und dass da irgendwie ein Gefälle ist, dass da ein Gap ist, das ist ja irgendwie glasklar. Deine Baseline, diese Baseline, ganz verschiedene Orte. Stellen wir uns mal vor, diese Baseline wären exakt die gleichen. Ja, alles, was bei dir über die Baseline kommt, ist für dich großzügig, wunderbar und toll. Alles, was bei denen über die Baseline kommt, ist für die großzügig, wunderbar und toll. Und damit kommen wir zu dem aller, aller wichtigsten Tipp, den ich dir heute und hier mitgeben möchte. Egal, ob du Teamleiter bist, Abteilungsleiter bist, Geschäftsführer oder Inhaber von einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen, wenn du das verstanden hast, dann wirst du in Zukunft weniger Probleme damit haben, dass du denkst, du bist mega großzügig und es kommt super wenig zurück. Gib am Anfang nicht so viel. Ich sag's nochmal. Versuch dieser Intuition, ja, diesem Gefühl, diesen Impuls, den du eigentlich hast, dass du gerne mehr geben möchtest, als du damals bekommen hast, ein bisschen zu unterdrücken. Versuch da mal in den ersten Gang zu kommen und nicht gleich in den dritten Gang, wenn du startest mit neuen Leuten. Menschen müssen sich Dinge verdienen, damit sie sich das Ganze auch, ja, damit das Ganze einen Wert hat, damit sie das Ganze wertschätzen können. Wenn du von Anfang an, ja, den Geschäftswagen bekommst, dann ist der nichts wert. Ist das klar? Wenn du von Anfang an den Physiotherapeuten jede Woche bekommst, dann ist das nichts wert. Ist das nachvollziehbar? Menschen müssen sich gewisse Benefits verdienen, damit sie damit auch einen gewissen Pain, ja, verbinden. Das Verrückteste ist, Leute ticken halt einfach so. Wenn sie für etwas hart gearbeitet haben, dann wertschätzen sie das Ergebnis. Wenn sie irgendetwas bekommen, weil sie geschnipst haben oder weil das von Anfang an da war, dann wertschätzen sie das weniger. Es sei denn, sie haben mal die Erfahrung gemacht, dass es nicht geklappt hat oder dass es hart war oder sie wissen, wie schwer es war, dahin zu kommen überhaupt. Der Tipp ist also, schau mal, dass du einen Gang runterfährst. Ja, guck mal, dass du ein bisschen weniger gibst am Anfang. Die Benefits, die du dir grundsätzlich für dein Unternehmen, für deine Leute vorstellst, die sind garantiert mega cool. Überleg doch einfach mal, ob du nicht eine Staffelung einführst. Ja, wenn jemand neu reinkommt in deine Company, wenn jemand ein neues Teammitglied ist, dann kriegt der vielleicht erst mal ein Benefit. Wenn derjenige sich in irgendeiner Form bewiesen hat, wenn derjenige sich auch als Teil des Teams auch gezeigt hat und gezeigt hat, okay, diese Person denkt mit, diese Person ist ein wirklicher Teamplayer, ist ein cooler Kollege, eine coole Kollegin, zieht mit, leistet irgendwie cool, dann kommt vielleicht der nächste Benefit. Wenn du das tatsächlich, sagen wir, alle drei, alle sechs Monate so einführst, dann bedeutet das plötzlich wieder etwas. Und dann bedeuten auch die Benefits wieder etwas. Und plötzlich hast du die Baseline ein bisschen runtergesetzt. Das heißt, alles, was jetzt über die Baseline dazukommt, von der Zeit und von der Dauer, wo die Leute bei dir arbeiten, wird ab jetzt nicht mehr selbstverständlich sein. Und du wirst auch nicht das Gefühl haben, dass du ständig darauf wartest, dass jemand kommt und Danke sagt. Ja, die Leute werden automatisch kommen und sagen, oh, ich merke den Unterschied. Und dass er mindestens drei Monate dazwischen liegen muss, das ist hoffentlich klar. Weil es drei Monate braucht, bis die Leute irgendwie verstehen, okay, wie fühlt es sich an, auf dem Niveau zu sein? Gibt mir das ein cooles Gefühl? Fühle ich mich happier, ja oder nein? Wenn du drei bis sechs Monate, alle sechs Monate wäre wahrscheinlich besser, den Leuten immer wieder eine Kleinigkeit dazugibst, wie so ein Belohnungssystem, dann können die das auch viel besser empfinden, wahrnehmen, spüren und sind auch dankbarer dafür. Stell dir vor, du kriegst alle zwei Monate eine Gehaltserhöhung. Dann wäre das für dich die neue Baseline. Und wenn es jetzt noch nicht klack gemacht hat, weiß ich auch nicht. Deswegen achte darauf, dass du nicht alles auf einmal gibst. Du kannst nämlich nicht erwarten, dass die Leute, die zu dir kommen, die gleiche Erfahrung gemacht haben als Geschäftsführer, als Mensch auch überhaupt, wie du. Und genau deswegen ist es ultra wichtig, dass du einfach eine andere Baseline setzt. Ich kenne super viele Menschen, die wirklich extrem coole Karrieren gemacht haben und die sind super demütig, die sind dankbar. Die sagen, Laura, ich werde nie vergessen, wie das war, als ich angefangen habe. Ich werde nie vergessen, wie das war, als ich wenig Geld hatte. Ich werde nie vergessen, wie das war, als ich weniger Opportunities, Möglichkeiten, Optionen hatte in meinem Leben. Ich habe mir das erarbeitet. Und hier verstehst du langsam, woher ich komme. In der Psychologie sagen wir, dass wir das, was wir erarbeiten, man nennt das auch den sogenannten Ikea-Effekt, dass das mehr bedeutet, als wenn wir es einfach nur bekommen. Was ist der Ikea-Effekt? Der Ikea-Effekt ist, wenn ich ein Regal mit meinen eigenen Händen zusammenbauen kann und es steht danach, wie gut das steht, das sei mal dahingestellt, dann hat das einen größeren Wert. Das heißt, die Leute sind emotional stärker attached, also hängen stärker an dem Möbelstück dran, als wenn es einfach nur fertig wäre. Selber an etwas zu arbeiten, selber etwas geleistet zu haben, sich vielleicht auch mal angestrengt zu haben, etwas nicht for granted zu bekommen, sondern dass man etwas dafür tun muss, das steigert witzigerweise den Wert von dem, was du am Ende bekommst. Und ich hoffe, damit weißt du jetzt, wie du mit deinen Leuten besser umgehen kannst, wenn es um das Thema Wertschätzung geht, wenn es um das Thema Emotionen geht und natürlich auch emotionale Wahrnehmung. Denn hiermit haben wir die Baseline ein bisschen angeglichen.